Künstliche Intelligenz ist ja im Bildungsbereich ein sehr aktuelles Thema. Mir geht es gerade sehr viel darum, bestehende Abläufe zu optimieren, aber auch neue Abläufe zu entwickeln. Heute möchte ich euch einen Ablauf von mir mal zeigen, wie ich auch den Voice Mode von ChatGPT nutze, das neue Canvas Tool von ChatGPT nutze, um von einer Idee in meinem Kopf zu einem Blogartikel zu kommen. Also, wenn es dich interessiert, bleib dran, es geht los nach dem Intro. So, guten Morgen, ChatGPT. Du sollst mir bitte heute helfen, einen Blogartikel zu schreiben. Ich habe ein bestimmtes Ereignis im Kopf, was die Grundlage war, die Ursache. Du sollst mich dabei unterstützen, meine Gedanken ein bisschen zu sortieren, die thematische Ausrichtung festzulegen, auch aktiv nachzufragen, worum es mir geht, worum es mir nicht geht, um mir nachher einfach auch eine Vorlage oder einen Vorschlag für den Artikel als Grundgerüst anzubieten. Ist das soweit okay? Ja, gerne. Erzähl mal, um welches Ereignis es geht und was du mit deinem Blogartikel erreichen möchtest. So können wir die Schwerpunkte gut herausarbeiten. Ja, danke. Also, ich war die Woche auf einer zweitägigen Online-Weiterbildung und die war per Zoom und ich habe die als unglaublich anstrengend empfunden. Das lag jetzt nicht an der Kompetenz des Dozenten, sondern an der methodischen Gestaltung. Es waren zweimal acht Stunden. Es waren nur knapp zehn Minuten Vormittagspause, zehn Minuten Nachmittagspause, dreiviertel Stunden in der Mittagspause und insgesamt wurden ja 160 Folien PowerPoint präsentiert, so ohne Interaktionsmöglichkeiten. Und es war im Prinzip teilweise reines Vorlesen der Inhalte. Und das war für mich sehr, sehr anstrengend. Gut, das gibt uns eine klare Richtung. Ein paar Fragen noch. Möchtest du konkrete Beispiele für gelungene Online-Weiterbildungen anführen? Und gibt es bestimmte Methoden oder Tools, die hervorheben möchtest, um den Praxistransfer und die Interaktion zu fördern? Also mir geht es vor allen Dingen auch um die Methodik, also wie diese Veranstaltung auch geplant durchgeführt wurde, weil ich bin ja großer Freund davon, dass Inhalte, Inputs, die rein frontal sind, wo übermittelt wird, wo es keine Möglichkeit gibt für Rückfrage, dass vielleicht nicht der Wünscht ist oder wo erstmal der Input ist, dass das als Video aufgezeichnet wird. Und ich dann die Möglichkeit habe, in einer Asynchronphase, für mich, mir diese Videos anzuschauen, weil dann kann ich in meinem eigenen Lerntempo mir das anschauen. Ich kann vielleicht nochmal zurückspulen, wenn ich etwas nicht verstehe, könnte ich nochmal Zwischenrecherche betreiben. Und das Ganze wäre viel entspannter. Und dann wäre es ja entscheidend, in einer synchronen Arbeitsphase wieder zusammenzukommen für den Praxistransfer eben mit der Fachperson, für vielleicht auch die Überprüfung, für das Gespräch, dass dann die Person dann auch eher als Lernbegleiter dann auch tätig wird, als ich sag mal die Person, die mit aller Gewalt viel Input in Leute irgendwie reindrückt. Alles klar, Tobias. Mit dieser Grundlage können wir einen Artikel aufbauen, der die Surteile von asynchronem Lernen, gefolgt von synchronen Phasen für den Praxistransfer betont. Wir können auch die Rolle der Lehrperson als Lernbegleiter hervorheben. Soll der Artikel eher praxisorientiert mit Tipps sein oder eher ein Kommentar zur aktuellen Situation in der digitalen Bildung? Ja, vielleicht geht ja auch irgendwie beides. Es ist ja auch eine Reaktion auf ein Ereignis, was ich erlebt habe. Und auch in meiner Rolle als Referent für digitale Bildung möchte ich natürlich auch was Praxisorientiertes mit an die Hand geben für Menschen, die sowas jetzt noch mal erneut planen. Das ist eine gute Idee. Wir könnten mit einer kurzen Schilderung deiner Erfahrung einsteigen, um die Leser abzuholen. Dann wechseln wir zu einer Analyse der Herausforderungen bei reinen Frontalveranstaltungen. Anschließend präsentieren wir praxisorientierte Tipps und Methoden für interaktivere und effektivere digitale Weiterbildungen. Klingt das nach einem Plan? Ja, das klingt gut. Also ich glaube, was wir auch noch mit reinnehmen können, das ist ja noch so ein bisschen der Kostenfaktor, weil letztendlich ist es auf die Dauer gesehen für den Anbieter ja günstiger, die Inhalte einmal zu produzieren und dann eben die Präsenzphase des Lehrenden zu verkürzen. Weil hätten wir mit Synchron- und Asynchronzeiten gearbeitet über die zwei Tage, dann wäre der Referent ja jetzt nicht die vollen zwei Tage anwesend, sondern vielleicht nur zwei halbe Tage. Und das ist natürlich auch noch mal so eine ökonomische Perspektive. Super, das ist ein wichtiger Punkt. Mit all diesen Aspekten können wir einen wirklich fundierten Artikel erstellen. Hast du noch weitere Ideen oder Themen, die du einbringen möchtest? Oder sollen wir mit diesen Punkten loslegen? Nee, ich glaube, das ist es jetzt erstmal soweit. Also ich wechsle jetzt gleich an meinen Browser und dann wäre es schön, wenn du mir die Gliederung und auch die erste Vorlage, das Grundgerüst dann in Textform einfach geben könntest. Ist das okay für dich? Ja, das ist kein Problem. Wenn du bereit bist, kann ich dir die Gliederung und den ersten Entwurf direkt als Text zuschicken. Ja, wieder zurück am Rechner schalte ich dann nach diesem gemeinsamen Brainstorming-Chat-GPT an am Browser und suche mir hier in der Leiste den letzten Chat raus, wo wir im Prinzip die ganzen Ergebnisse haben. Und ich mache mal ein bisschen größer und bitte die KI jetzt einfach mal den Vorschlag in Textform jetzt auch mit reinzugeben. So, ich bin jetzt am Browser. Kannst du mir bitte die Gliederung und das Grundgerüst in Textform geben? Wichtig für mich ist jetzt, ich habe jetzt die Gliederung, ja, ich habe da ein Grundgerüst, aber es ist natürlich nur ein Grundgerüst. Es ist für mich ein Einstieg, damit zu arbeiten, denn es ist bei Weitem ja noch nicht mein Text. Da fehlt noch die persönliche Perspektive. Ich muss das inhaltlich einfach nochmal überprüfen. Ich muss es schärfen. Aber es ist wirklich eine solide Basis, damit zu arbeiten. Und damit zu arbeiten, das ist natürlich ein gutes Stichwort. Hier ist das neue Canvas-Modell von Chat-GPT, was ich in der Pro-Version ja auch wechseln kann. Das heißt, ich gehe hier einfach GPT 4.0 with Canvas rein und sage ihm dann, erstelle mir bitte ein Dokument. Und dann verändert sich hier nämlich auch etwas die Oberfläche. Das schauen wir mal rein. Ich habe jetzt links gar nicht mehr diese Spalte mit meinen Chats, sondern die Unterhaltung mit dem Dokument und habe jetzt in der Mitte eine Leinwand, auf der ich arbeiten kann. Ich habe ja auch schon im Kanal ein Video zu dem Canvas gemacht. Schaut euch das einfach mal an, wenn euch das interessiert. Und ich kann jetzt hier also zum einen natürlich auch einfach reinschreiben, wie ich es möchte. Ich kann Textpassagen, den Titel zum Beispiel, komplett markieren und sage, bitte umformulieren. Dann wird eben auch nur dieser Textabschnitt umformuliert. Ich kann die Einleitung zum Beispiel oder Textpassagen komplett formulieren und dann hier unten auf dem Stiftschieberegler die Länge anpassen oder auch das akademische Niveau, das Leseniveau anpassen von dem Text. Das ist etwas komfortabler, als dann eben das immer reinzusprechen und komplett neue Texte dann auch zu bekommen. Und letztendlich habe ich dann hier nochmal so die Möglichkeit auf eine Endprüfung. Aber wie gesagt, bis der Artikel fertig ist, das dauert noch ein wenig. Ich muss da noch ein bisschen Zeit investieren, weil letztendlich, ja, ist das jetzt auch erstmal nur der Weg von den Gedanken in meinem Kopf KI-basiert unterstützt zu einem Grundgerüst und dann muss ich hier natürlich auch nochmal weiterarbeiten. Ja, und das ist natürlich total ein spannender Ablauf für mich, weil ich jetzt innerhalb von weniger Minuten meine Gedanken jetzt, ich sage mal zumindest mal in ein grob Gerüst, an Text gegliedert habe. Und da würde mich einfach mal interessieren, ja, wie du vielleicht auch KI-Tools nutzt für deine Arbeitsabläufe. Hast du ähnliche Erfahrungen? Hast du andere Erfahrungen? Lass uns da mal in den Austausch gehen und ein bisschen miteinander diskutieren. Freue ich mich auf dein Feedback. Und ansonsten alles Gute und bis bald. Tschüss.